Lektion 336 aus Ein Kurs in Wundern Die Vergiebung lässt mich erkennen, dass Geister verbunden sind. Wir haben ja schon einiges über die Vergiebung gehört und sicherlich auch erfahren, in dem wir ja gespürt haben, wie es in uns friedlicher wird, wenn wir sie anwenden, wie unsere Wahrnehmung korrigiert wird. Wie hieß es so schön, die Vergiebung zeigt uns, dass der Wille Gottes eins ist und dass wir ihn miteinander teilen. Oder wir haben gehört, die Vergiebung ist die Illusion, die keine weiteren Illusionen nach sich zieht. Und was ist eigentlich der Ursprung von allem, was wir zu sehen glauben? Die Idee der Trennung. Und wenn diese Idee bereinigt ist, in dem Sinne, dass wir erkennen, es gibt sie gar nicht wirklich, gibt es keine Trennung. Und wenn es keine Trennung gibt, dann müssen wir wohl verbunden sein, oder? Schauen wir doch mal, was die Lektion sagt. Das ist total, ja, spannend. Oder, wie soll ich sagen, ein Bewegend. Denn es geht noch mal einen großen Schritt über das hinaus, was wir bisher vernommen haben. Vergiebung war bisher, ja, die Korrektur unserer Wahrnehmung. Und jetzt wird uns gesagt, es ist die Beendigung der Wahrnehmung. Und die Beendigung der Wahrnehmung ist ja dann die Erkenntnis. Und Erkenntnis ist Erlösung. Denn dann ist die Wahrheit vollumfänglich wieder in unserem Geist präsent. Wir können also das Mittel der Vergebung gar nicht hoch genug einschätzen. Es ist total essentiell. Ich meine, das haben wir ja vorher jetzt auch schon irgendwie gewusst. Doch jetzt wird ja die Messlatte doch nochmal ganz schön hochgehängt. Ohne Vergebung keine Erlösung. Total einfach. Es ist das Mittel zur Beendigung der Wahrnehmung. Wow. Und es geht weiter. Ja, das ist auch noch einmal schön beschrieben. Wir sind ungetrennter Teil von Gottes Geist. Jetzt. Doch wir erkennen es nicht, weil wir unsere Sicht eingeschränkt haben. Sagen wir es mal so. Wir haben Bilder gemacht. Wir haben Geräusche gemacht. Und das verstellt uns den Blick. Denn wir glauben ja, dass das wahr ist. Stell dir einmal vor, du bist in einem fantastischen, riesigen Raum mit den wunderbarsten Dingen und allem. Aber du hast dir in diesen Raum jede Menge Stellwände reingestellt. Um dich herum. Recht eng. Dann hast du noch einen Kopfhörer auf und spielst dir irgendwas ein. Und jetzt ist von diesem fantastischen Raum nichts mehr zu sehen. Du denkst, du bist ganz woanders. Denn du erinnerst dich nicht mehr daran, dass du dir Vorstellungen, also Stellwände, die vor der Wahrheit stehen, gemacht hast. Das wäre jetzt so mal das Bild. Und durch das Praktizieren der Vergebung verschwinden die Stellwände Stück für Stück. Ganz sanft und leicht. Oft subtil. Wir bekommen es gar nicht so mit, dass da schon wieder ein Stückchen Stellwand verschwunden ist. Doch dann und wann merken wir es, denn es geht uns besser, es wird leichter. Wir spüren den großen, weiten, endlosen Raum. Was sagt die Lektion weiter? Die Lilien des Altars der Wahrheit leuchten in den Geist und rufen ihn zurückzukehren und nach innen zu schauen, um das zu finden, was er vergeblich außen suchte. Denn hier und nur hier wird der Geist des Frieden wiederhergestellt, weil hier die Wohnstadt Gottes selbst ist. Hier hilft uns dieses Bild mit den Stellwänden nicht weiter, denn jetzt wird die Betrachtungsebene verändert und es wird uns gesagt, schau nach innen. Denn nur hier finden wir den Frieden und das ist das Ziel, das wir eigentlich suchen. Und falls jetzt der Gedanke auftaucht, das kann aber nicht stimmen, weil es gibt ja ja schon einige auf diesem Planeten, die sehen gar nicht so aus, als ob sie Frieden wollen, sondern genau das Gegenteil. Und wir sehen es, um es zu vergeben, damit eben die ganzen Verzerrungen endlich gelöst werden. Denn wie wir gestern erfahren haben, haben wir keine Ahnung, also wirklich gar keine, wie die Wahrheit aussieht. Und das ist schon ein bisschen eine harte Nuss, ja, denn die Eindrücke sind halt so wirklich. Wir können es anfassen, riechen, schmecken, sehen und hören und es ist immersiv. Wir glauben, das ist real. Doch könnten wir unmöglich 336 Lektionen mitmachen, wenn wir nicht diesen Ruf der Wahrheit spüren würden. Wir würden diese Lektionen nicht aushalten. Sie würden uns entweder einfach nur langweilen, sie würden uns abschrecken, aufgrund vielleicht ihres Wordings oder sie wären einfach nur völlig abwegig. Also hat es schon etwas zu bedeuten, wenn hier steht, die Lilien der Wahrheit leuchten in den Geist und rufen ihn, zurückzukehren und nach innen zu schauen. Das bedeutet auch, dass wenn wir schon diesen Ruf hören oder spüren, wir die Mittel, die uns gegeben sind, annehmen. Denn, es ist ja an Deutlichkeit nicht mehr zu übertreffen, Vergebung ist das Mittel, das zur Beendigung der Wahrnehmung bestimmt ist. Und wir wissen auch, Vergebung ist eine Wahl. Es ist also eminent wichtig, die Wahl auch so zu treffen. Und das bedeutet, und hier schließt sich dann der Kreis, nach innen zu schauen. Vergebung ist kein Ritual, das käme mehr so aus dem Verstand, sondern es entsteht aus deiner inneren Bereitschaft, dem inneren Zurücktreten. Und dann geschieht es aber auch praktisch von selbst, denn es reicht, dass wir zurücktreten. Das ist alles. Doch dieses Zurücktreten hat es manchmal in sich, weil wir so in unseren Gedanken verstrickt sind, weil eine Geschichte nach der anderen kommt, und diese Geschichten haben nur einen Zweck, uns abzulenken. Sie verfolgen das Ziel, dass wir eben nicht nach innen schauen, nicht zur Ruhe kommen, sondern permanent in einer von der einen Geschichte in die nächste hineingehen. Das ist so, wie wenn der Fernseher die ganze Zeit läuft und irgendwie findet man den Ausknopf nicht so richtig, denn da kommt eins nach dem anderen und das eine ist schon gar nicht richtig zu Ende, da wird das nächste schon angeteasert oder irgendwelche Cliffhangers erzeugt und dann wollen wir wissen, wie es weitergeht. Und wie himmlisch ist doch die Ruhe, wenn wir den Fernseher dann endlich ausmachen. Und genau so ist es hier. Wir brauchen diese Bereitschaft, nach innen zu schauen, oder besser gesagt die Entscheidung, nach innen zu schauen und damit verknüpft ist die Bereitschaft, zurückzutreten. Ganz automatisch. Und das Ausmaß, wie es dir schwerfällt, das zu tun, zeigt dir sozusagen das Ausmaß des inneren Widerstandes an. Das heißt aber nicht, dass das deswegen hoffnungslos ist. Auf keinen Fall, denn die Angst hat keinen Willen. Und so hat auch jede Illusion keinen Willen. Es sieht nur so aus, weil wir daran glauben und sozusagen unsere Kraft der Illusion übertragen. Doch kann das jederzeit gestoppt werden, wenn du sagst, ich brauche das nicht mehr, mir reicht es jetzt. Und dann beginnt sich etwas zu verändern. Und vielleicht muss es oft wiederholt werden. Und vielleicht brauchst du dazu auch die Hilfe unseres inneren Lehrers, indem du sagst, Heiliger Geist, hilf du mir. Ich komme hier nicht weiter. Ich habe keine Chance. Und dann wird etwas passieren. Denn die Wahrheit nimmt sofort den Platz ein, den du freigibst. Es braucht keine Zeit. Und jedes Stückchen, das du freigibst, ist etwas, das geheilt wird. Der Ego-Geist ist wachsam und hartnäckig. Denn es geht um dessen scheinbare Existenz. Dann sollten wir auch wachsam und hartnäckig sein, denn es geht um unsere wahre Existenz. Nicht, dass sie bedroht werde, doch dass wir sie endlich erkennen. Und vielleicht magst du dich einmal fragen, wo erzähle ich mir selbst noch Geschichten? Und Geschichten sind das, was das Wort sagt. Eine vergangenheitsbezogene Erzählung, die als wahr erscheint. Und das ist ein gutes Erkennungsmerkmal. Immer wenn es um die Vergangenheit geht oder um Begründungskaskaden, warum etwas so ist, wie es ist, dann sind wir in einer Geschichte. Und das sollten wir sofort stoppen, denn das ist nicht von Interesse. Von Interesse ist einzig und allein der Trigger oder das, was dich ärgert, dir Sorge bereitet oder Angst macht, nicht die Geschichte dahinter. Und wenn du dich auf diesen Punkt konzentrierst, um was geht es? Was ist die Wut, der Ärger, die Angst, die Sorge, die Verzweiflung? Dann kannst du genau diesen Punkt der Wahrheit überführen. Indem du sagst, heiliger Geist, zeige du mir die Wahrheit. Und das spürst. Es ist wichtig, innerlich loszulassen. Nicht vom Kopf her. Der Kopf erzählt irgendwas. Ja, ja, ich habe schon losgelassen und hier und jetzt und schauen wir mal. Und funktioniert aber nicht. Der Kopf ist eher ein Vertreter des Ego-Denksystems. Ich will das nicht so ultimativ formulieren, weil ich es nicht genau weiß, ganz ehrlich gesagt. Aber es fühlt sich so an. Überprüfe das für dich selbst. Da, wo es leicht wird. Da, wo du Freiraum spürst. Dies ist der richtige Ort, aus dem heraus wir Vergebung praktizieren. Und das wird uns sicher zum Ziel bringen. Denn es ist so bestimmt. Und das ist doch mega stark. Eine super Botschaft. Schauen wir, was das Gebet sagt, das uns in der Lektion geschenkt wird. still möge die Vergebung meine Träume von Trennung und von Sünde hinwegwischen. Und dann, Vater, lass mich nach innen schauen und feststellen, dass dein Versprechen meiner Sündenlosigkeit gehalten ist. Dein Wort in meinem Geist, dein Wort in meinem Geiste unverändert bleibt und deine Liebe nach wie vor in meinem Herzen weilt. Wir müssen jetzt nicht glauben, dass das erstmal ein Prozess von tausend Jahren ist, bis die Vergebung, bis die Vergebung die Träume von Trennung und Sünde gelöst hat. Und dann, also erst danach, schauen wir nach innen. Es ist eins, es ist ein Vorgang und du kannst es spüren. Immer wenn du den Frieden in dir spürst, spürst du auch die Sündenlosigkeit in dir. Denn du könntest sonst keinen Frieden wahrnehmen. Wie soll das gehen, wenn der Geist belastet ist mit, ja, Schuld? Doch du bist reiner Geist und da ist keine Schuld und deshalb kannst du Frieden spüren. Und du spürst die Liebe, die du bist, die dich erhält, die eins ist mit allem. Und nur unsere begrenzenden Gedanken, unsere Stellwände, die wir gebaut haben, die begrenzen das, wenn wir uns auf sie konzentrieren, wenn wir uns von ihnen ablenken lassen. Doch das tun wir einfach immer weniger und so werden wir sanft zur Wahrheit geführt. Denn die Wahrheit ist still. Danke für unser gemeinsames Lernen. Danke für dein Einlassen. Hab einen wunderbaren Tag in der Stille deines Herzens. Und diese Stille ist immer da. Sie verlässt dich nie. Denn sie ist eins mit dir. Und du kannst das immer wieder überprüfen, indem du dir heute kurze Augenblicke schenkst, in denen du nach innen schaust und sanft die Frage stellst, Heiliger Geist, bist du da? Und du kannst das immer wieder überprüfen, Vielen Dank.